Bhagavad Gita, Vers 4.3 Diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir offenbart, weil du mein Geweihter und mein Freund bist. Nur deshalb kannst du das Transzentral-Mysterium dieser Wissenschaft verstehen. Erklärung Es gibt zwei Gruppen von Menschen, die Gottgeweihten und die Dämonen. Der Herr wählte Arjuna zum Schüler dieser großen Wissenschaft, weil Arjuna auf dem Wege war, ein Gottgeweihter zu werden. Für einen Dämonen ist es jedoch nicht möglich, diese große, geheimnisvolle Wissenschaft zu verstehen. Es gibt sehr viele Ausgaben dieses großen Buches des Wissens. Einige werden von Gottgeweihten kommentiert und andere von Dämonen. Die Kommentare der Gottgeweihten sind autorisiert und daher vorteilhaft, wohingegen die Kommentare der Dämonen wertlos sind. Arjuna akzeptierte Shri Krishna als den höchsten persönlichen Gott und jeder Kommentar zur Gita, der dem Beispiel Arjunas folgt, ist wirklicher hingebungsvoller Dienst für den Ursprung dieser bedeutenden Wissenschaft. Die dämonischen Menschen jedoch erfinden etwas über Krishna und bringen die Öffentlichkeit und die Führer der Menschen vom Pfad der Unterweisung Krishnas ab. Man sollte versuchen, die Nachfolge der geistigen Meister zu folgen, die von Arjuna ausgeht. Auf diese Weise wird man einen großen Nutzen gewinnen.